Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Natur Objektiv und zwar Gut und Böse Teil 3. Ich habe in den ersten beiden Teilen mich mit der einerseits animalischen Ebene auseinandergesetzt und dann den Menschen behandelt und versucht ein Gut und Böse, also ein Wertungspaar herauszuarbeiten, das aufgrund einer materialistischen, naturwissenschaftlichen Grundlage aufgebaut ist. Also nicht irgendein Transzendenzmystisches etwas annimmt, das uns von außen Gut und Böse oktruiert. Und heute möchte ich mir eines der wichtigsten Regelwerke, das Gut und Böse definiert, nämlich die 10 Gebote näher anschauen. Also die 10 Gebote, dieses christliche Grundlagenwerk für Verhaltensregeln und für Verhaltensnormen heute einmal auf dem Prüfstand und zwar vom Standpunkt einer naturwissenschaftlich-materialistischen Philosophie und Moral. In den ersten beiden Teilen Gut und Böse habe ich mich zuerst einmal mit der animalischen Ebene beschäftigt und habe festgestellt, dass es keine Naturethik, also nichts gibt, das von außen ein Gut und Böse oktruiert, sondern dass es immer vom Standpunkt des jeweiligen Tieres, des Lebewesens abhängt, was für dieses Lebewesen gut und schlecht ist. Also die evolutiv primitive Maßeinheit für Gut und Böse ist gut und schlecht. Und beim Menschen wird das Ganze dann durch seine Hypothesenbildung, durch seine Absicht und die Fähigkeit, dass er sein Verhalten in die Zukunft projizieren kann, virtuell in die Zukunft projizieren kann. Natürlich eine ganz andere, weil er plötzlich weiß und reflektieren kann, was sein Verhalten in der Zukunft verursachen wird. Und ich habe im Wesentlichen ein utilitaristisches Weltbild entwickelt, das also zweckgerichtet sich damit beschäftigt, dass Moral und positive Moral eigentlich Maximierung von Wohltun bedeutet und alles Negative, also das Böse unter Anführungszeichen, die Maximierung von oder die Beförderung von Leid darstellt. Also gut haben wir herausgearbeitet beim letzten Teil, beim Teil Gut und Böse Nummer 2, das bei Menschen am sinnvollsten außerhalb der Naturethik zu verstehen ist und zwar, dass wir möglichst wenig Lebewesen, möglichst wenig Leid zufügen sollten und das als eine Art Vektor betrachten, das heißt eine Richtungsdirektive unseres Verhaltens und unseres Handelns und dass man jedes Handeln an dieser Maßeinheit eigentlich messen kann. Die Gefahr besteht nämlich, dass die Transzendenz, also das über sich hinauswachsen, das über unser irdisches Dasein hinauswachsen und die Sinnsuche im Allgemeinen uns dazu verleitet und die Menschheit auch verleitet hat, in der Vergangenheit irgendein übergeordnetes, mystisches Moralkodex anzunehmen, der sozusagen von außen existiert und an den wir uns dann zu halten hätten. Und diese Moralkodizes haben immer die Gefahr, dass sie natürlich sehr einseitig oder womöglich auch von der Elite, von den früheren Eliten im Sinne eines Machtmissbrauches zu einer sklavischen Befolgung solcher transzendenter Moralvorstellungen geführt haben. Wir kennen dafür ja unzählige Beispiele. Und heute möchte ich mir anhand eines dieser übergeordneten Regelwerke, nämlich im Rahmen des Christentums, die bekannten 10 Gebote einmal hernehmen und ein bisschen näher anschauen und ein bisschen nach dem Motto naturwissenschaftliche Moral, so wie wir sie schon kennengelernt haben, einmal durchdiskutieren. Also das erste Gebot, das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Ich muss dazu sagen, dass ich verschiedene Interpretationen zu den 10 Geboten gefunden habe. Es gibt also rein christliche oder amtskirchliche Interpretationsseiten, man findet unglaublich viele Sachen im Internet zu diesem Thema, aber auch einzelne Seiten wie zum Beispiel die Gralsbotschaft, die teilweise auch ganz interessante Aspekte dazu beitragen bei der Interpretation. Denn die 10 Gebote werden nicht immer ganz einheitlich dargestellt. Aber jetzt zum ersten Gebot, man soll also keine anderen Götter haben neben eben diesem einen. Nun, das ist eine Regel, die man heute nach den Menschenrechten eigentlich sogar ablehnen würde. Also von Gut und Böse kann da gar keine Rede sein. Es entspricht schlicht und einfach zumindest dem ersten Eindruck, nicht dem, was wir unter Menschenrechten verstehen. Ganz im Gegenteil, alle säkularen Staaten und alle auf Aufklärung beruhenden Staaten mit Menschenrechten haben eigentlich die Religionsfreiheit. Das heißt, es kann jeder seiner Transzendenz, seiner eigenen Religionsvorstellung folgen, so wie er das möchte und wir das glauben. Nun, gemeint ist bei der Sache aber generell der Götzendienst. Man solle also nicht, zumindest interpretiert es die Grailsbotschaft so, man solle nicht neben dem zentralen Glauben sich anderen materiellen Werten im Sinne eines Götzendienstes hingeben. Also nicht haften bleiben auf materiellen Dingen wie dem Besitz und ähnlichen Dingen. Also die irdische Verhaftung wäre sozusagen das Negative und man solle sich mehr dieser transzendenten Form, also dem Glauben an sich, dem Gottesglauben zuwenden. Nun, egal wie man es jetzt interpretieren kann, die Formulierung ist Eindeutung, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Daher würde ich diese erste Regel einmal nicht als eine der Regeln auffassen, die wir heute als eine Richtschnur für Gut oder Böse anwenden können, weil sie sogar im Sinne der Menschenrechte, wie ich schon sagte, negativ behaftet ist und sicherlich so nicht in den Gesetzestexten der westlichen Zivilisation Eingang finden kann. Erste Regel, also sehr durchwachsen, nicht besonders sympathisch. Das zweite Gebot lautet, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. In anderen Interpretationen heißt es auch nicht verunehren. Nun gut, das ist auch ein Gebot, das im ersten Moment nicht übermäßig zeitgemäß erscheint, ganz im Gegenteil, man würde im ersten Augenblick sogar meinen, es widerspricht allem, was wir als aufklärerische Gesellschaft uns erarbeitet haben. Religionskritik war ja die Basis der Aufklärung und ist bis heute eigentlich ein ganz ein wesentlicher Punkt, um auch gedanklich und philosophisch in der Gesellschaft weiterzukommen. Das Zentrum, das sich auch die Kirche dann auseinandersetzen musste mit ihren inneren Unlogiken, die sie in sich trägt, wie zum Beispiel der Theodizee, ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, Gerechtigkeit Gottes. Alle diese Dinge sind nur aufgrund der Religionskritik, also einer sehr kritischen, teilweise auch explizit negativen Auffassung des Gottesglaubens zustande gekommen. Also von diesem Standpunkt her dürfte man diesen Begriff des Verunehrens oder des Missbrauchens nicht verstehen, sonst wäre dieses Gebot ja völlig obsolet, ja sogar kontraproduktiv. Es gibt aber noch eine andere Interpretation, nämlich die Interpretation, dass man ganz generell den Glauben, das heißt den Gottesglauben, nicht dazu missbrauchen soll, irgendwelche negativen oder andere gebotsverletzenden Handlungen wie zum Beispiel Gräueltaten, Morde und ähnliches zu begehen. Etwas, was ja in allen Religionsgeschichten leider Gottes Standard war und relativ oft vorgekommen ist. Ich erinnere nur an die sehr traurige christliche Geschichte der Kreuzzüge, ich erinnere an die Reformationskriege und vieles an Religionskriege innerhalb des Christentums und heute ist der Islamismus ja auch ein sehr, sehr negatives Beispiel, wo Religion als solches, also der Name des Herrn, wenn man das so pathetisch ausdrücken will, missbraucht wird, um negative Handlungen, also Böses zu tun. Also in diesem Sinne, gebraucht, würde ich meinen, dass dieses Gebot durchaus aktueller ist denn je, vielleicht nicht im Christentum, denn das Christentum hat diese Phase nicht zuletzt durch die Macht und durch die Kraft der Aufklärung überwunden. Aber in weiten Teilen der Welt kommen derartige Sachen immer noch vor. Aber das Missbrauchen des Begriffes, des Gottesbegriffes so zu interpretieren, dass man ihn auch nicht kritisieren dürfte, das wäre falsch. Also dieses Gebot muss man differenziert sehen und kann es in der einen oder in der anderen Weise interpretieren. Das dritte Gebot lautet, du sollst den Feiertag heiligen. Naja, da könnte man sagen, super, ja, Feiertage frei zu feiern und zu Hause zu bleiben und sich es gut gehen zu lassen. Wer würde das nicht, das Wochenende ist uns heilig. Das ist aber eine relativ einfache Interpretation. Gemeint ist nämlich die Einkehr und den Dienst an Gott, also das Heiligen eines Tages, wo man sich nur diesem Prozedere, quasi einem fast, einem Unterwerfungsritus gegenüber dem Gottesbegriff unterziehen soll. Und es ist explizit, zumindest in den Interpretationen, die ich auf christlichen Seiten gefunden habe, nicht gemeint, dass man einen Tag zur Zerstreuung, also für Freizeit, für Umtrunk, Tanz und ähnliches verwenden solle. Also genau so nicht, wo wir es eigentlich bejahen sollten. Wir haben schon wieder etwas sehr Interessantes, was wir bei der Beobachtung der gesamten Sittengeschichte sehen können, nämlich, dass es immer einen großen Kampf gegeben hat zwischen den Libido-Befürwortenden und den Libido-Limitierenden, also Libido-phobischen Kräften. Und das Christentum hat sich leider Gottes in Richtung eines eher lustfeindlichen und Libido-Limitierenden Systems entwickelt. Jedenfalls wird immer und alles in die Richtung interpretiert, dass man es sich also eher nicht gut gehen lassen soll, sondern dass man eher die Einkehr, also die asketischen Verhaltensweisen pflegen solle. Also diese auch im ersten Moment etwas merkwürdig erscheinende Regel, weil unter den wirklich großen Lebenszielen und Lebensproblemen, die der Mensch hat, ist das Heiligen eines Feiertags ehrlich gesagt nicht gerade das, was mir an der Stelle 1 oder auch nicht an der Stelle 3 einfallen würde. Aber wie gesagt, es ist die Interpretation eigentlich eher so, dass es ein Hinweis oder ein Hinführen sein soll, dass die Lust und die Freude und die persönliche Erbauung nicht im Vordergrund stehen soll, sondern zugunsten einer Gottesverehrung in den Hintergrund zu treten habe. Daher würde ich persönlich diesem Gebot nicht unbedingt einen Daumen nach oben geben, sondern eher sagen, aufgrund der Stoßrichtung, antihedonistisch zu sein, heute negativ zu betrachten. Also nach drei überraschend schwachbrüstigen Geboten jetzt einmal ein wichtiges. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Okay, das ist einmal etwas, was man voll und ganz befürworten kann. Es ist eine Sache, die allerdings von der biologischen Seite, und so will ich sie ja auch in dieser Serie interpretieren, von der biologischen Seite fast eine Selbstverständlichkeit ist. In allen höheren Affengesellschaften, Primatengesellschaften gibt es eine sehr freundliche Interaktion zwischen Elterntieren und zwischen Jungtieren. Also besonders zwischen Muttertieren und Jungtieren, denn in den kleinen Horden und Gruppen der höheren Primaten gibt es in der Regel keinen direkten Vater, weil es ja auch absolut keine monogamen Gesellschaften gibt, sondern es sind Horden und Gruppen und bekannt ist sozusagen nur die Mutter und die Mutter hat auch die Erziehungsarbeit beim Jungen zu leisten und passt auf das Junge auf, füttert es, kümmert sich um das Junge. Und die Interaktion zwischen den beiden ist oft ein bisschen höhere Alter der Mütter hinein ein sehr freundliches, ein sehr gut gesinntes. Also es ist keine Erfindung des Christentums, das muss man auch dazu sagen. Vater und Mutter zu ehren ist ein wichtiges und vor allem tiefenpsychologisch ausgesprochen gescheites Gebot, weil es für jeden einfach eine wichtige Sache ist, auch sein eigenes Leben zu verstehen und abzurunden, indem man Vater und Mutter, auch wenn die Beziehung schwierig war, teilweise vielleicht sogar negativ behaftet, so abzurunden, dass man die Eltern zum Schluss gehen lassen kann und zwar in Frieden gehen lassen kann, wenn dann ihr Ende gekommen ist. Und je besser man in der Lage ist, sich selbst zurückzunehmen, die Eltern annehmen zu können, auch mit all ihren Fehlern, also Vater und Mutter in diesem etwas transzendenten Sinne zu verehren, ehren zu können. Wenn man das zusammenbringt, dann hat man eigentlich auch die beste Voraussetzung dafür gefunden, selbst zur Ruhe zu kommen und Ruhe zu finden. Also dieses Gebot kriegt einmal ein großes Daumen nach oben, es ist absolut in Ordnung und auch vom biologischen Standpunkt sehr, sehr sinnvoll. Du sollst nicht töten, das ist das fünfte Gebot. Man hat den Eindruck, jetzt geht es endlich zur Sache und es kommen die wichtigen Sachen, nachdem am Anfang nur irgendwelche uninteressanten Geplänkel stattgefunden haben. Du sollst nicht töten. Klingt eigentlich sehr einleuchtend, sehr simpel, sehr plausibel und sehr befolgenswert. Ist es auch in gewisser Weise, aber auch dieses Gebot ist nicht originär, dem Christentum zuzuordnen. Das konnten auch Menschenpopulationen, ähnlich wie es in effischen Gesellschaften ist, schon zu allen Zeiten, aber eben nur innerhalb der Kleingruppe. Alle wehrhaften Lebewesen haben so etwas wie eine Beißhemmung innerhalb der eigenen Gruppe oder der eigenen Kleingruppe, das haben die alten Äthologen, die Verhaltensforscher, Konrad Lorenz, Ireneus Eibl, Eibesfeld schon längst nachgewiesen. Wir kennen diese Beißhemmung bei Wölfen, wir kennen sie bei Raubkatzen, natürlich auch bei Affen und wir kennen sie bei uns Menschen. Das heißt, andere Gruppenmitglieder nicht so zu schädigen, auch in einer Auseinandersetzung, in einem Hierarchiekampf oder was auch immer, so zu schädigen, dass sie dann wirklich umkommen, ist etwas, das sehr selten vorkommt. Es ist nicht ganz auszuschließen, aber es kommt sehr selten vor. Also die Formulierung dieses Gebotes ist durchaus sinnvoll, wenngleich man sagen muss, dass es natürlich auch gewisse Einschränkungen bedarf. Es gibt ja in westlichen Zivilisationen, in allen Gesetzeskonstrukten Ausnahmen davon. Man darf nämlich sehr wohl töten, wenn man darin die einzige Möglichkeit sieht, das eigene Leben zu retten. Notwehr. Man kann auch töten, wenn man Unheil, absolutes Unheil von jemand anderem abwenden kann. Das ist die Nothilfe. Also Nothilfe und Notwehr sind vorgesehen und dann ist Töten erlaubt. Und auch durchaus auch in unserem Verständnis moralisch gerechtfertigt. Passiert immer wieder bei der Exekutive, wenn die Polizei im Dienste an der Gesellschaft jemanden so schädigt, dass er daran stirbt, eben um zu verhindern, dass er in der Gesellschaft mehr Unheil anrichtet. Bei Amokläufern beispielsweise. Also dann ist diese Regel sehr wohl ein bisschen mit Relativität behaftet. Aber im Großen und Ganzen passt's. Das Christentum hat dann nur ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit der Formulierung, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Und das berührt dann ein viel weiteres Problem, nämlich das Toleranzproblem. Und vom biologischen Standpunkt ist das keineswegs sinnvoll. Denn Toleranz, was eines der wesentlichsten Kriterien unserer westlichen Gesellschaften sind, Toleranz im Sinne von Duldung anderer mit ihren Bedürfnissen, aber auch Akzeptanz dieser Bedürfnisse der anderen, kann nur so lange existieren, solange die Toleranz in einer Gesellschaft ein allgemein akzeptiertes Gut ist. Etwas übertrieben und überspitzt ausgedrückt müsste man sagen, eine tolerante Gesellschaft muss extrem intolerant gegenüber der Intoleranz sein. Wenn nämlich eine tolerante Gesellschaft nur tolerant ist, dann nimmt sie evolutiv automatisch eine Entwicklung in Richtung Intoleranz. Weil die Intoleranz durch das Hineindiffundieren in ökologische Nischen dann automatisch ihre Kraft verliert und sie sich zu einer intoleranten Gesellschaft langsam aber sicher entwickelt. Aber im Großen und Ganzen ist das Gebot, Du sollst nicht töten, okay? Und man kann einen Daumen nach oben geben. So, das war es jetzt einmal für heute. Der zweite Teil mit den restlichen Geboten kommt dann nächste Woche. Also dranbleiben! Der zweite Teil mit den Restlichen Geboten ist das Geboten. Der zweite Teil mit den Restlichen Geboten ist das Geboten. Geboten ist das Geboten ist das Geboten. Der zweite Teil mit den Restlichen Geboten ist das Geboten.